Musik Was machst du hier für einen Lehrgang? Fachwürfe Logistiksysteme Immobilienfachwürde Immobilienfachwürde Ich mache Industriemeister Elektrotechnik Industriemeister Metall Personal-Fachkauffrau Ich mache den Küchenmeister Industriemeister Nechatronik Und wie gefällt es dir hier? Sehr gut, sehr gut organisiert Von den Unterkünften her, vom Essen her Also du bist echt begeistert Ja, sehr gut, ich fühle mich sehr wohl Es ist die richtige Mischung aus dem, was ich noch nicht weiß, was ich weiß Und es baut halt strukturiert aufeinander auf Jetzt bist du an der TA Richtig, hier bin ich genau richtig Also ich finde das WG-Leben total toll Also man kommt echt, man wächst zusammen irgendwie Der Bildungsträger hier wurde von vielen meiner Kollegen empfohlen Ja, und auch das Land macht unheimlich Spaß Es ist echt ein Privileg Ich muss sagen, Organisation top Notenten sind auch super Man kommt hier quasi komplett neu rein Und nach ein paar Tagen ist man schon direkt integriert Und das ist echt super Ja, heute Abend ist gut, ne? Heute Abend gut! Aber sonst auch Geht heute noch was? Was meinst du? Ich bin guter Dinge, oder? Ich hätte gar nicht gedacht, dass überhaupt so viel los ist Also ich bin froh, dass ich heute früh mit dem Fahrrad gefahren bin Obwohl es geregnet hat Man braucht es aus dem Alltag Sommerfest läuft auf jeden Fall Gute Musik, tolle Menschen Lecker Essen, lecker Bierchen 1A Heißt also, du hast heute noch ein bisschen was vor? Ja, ein paar Minuten kann man ja noch bleiben Und mal die Atmosphäre genießen Ja, die Stimmung hier, ne? Musik Mirko Was hat es mit diesem Käppi auf sich? Smiley steht für gute Laune und Spaß am Beruf und Spaß am Lernen Bei mir unten gab es die Kurse alle nur in Teilzeit Und dann habe ich gedacht, wenn es auch schneller geht, wieso nicht? In Bayern braucht es so sechs Monate ungefähr für den Küchenmeister Kommt drauf an Und die TA bildet es aus in elf Wochen Musik Wo kommst du nur her? Ursprünglich Detmall Und unursprünglich? Unursprünglich aus einer Straße Aus Krefeld Aus der Weltmetropole Krefeld Kichlänger Woher? Kichlänger im Kreis Herford Langkreis Zelle Also hier um die Ecke quasi? Genau, ja Aber ich wohne hier Du wohnt in Hameln? Nein, ich habe eine Wohnung bekommen über die TA Wie gefällt es dir in der Weltmetropole Hameln? Super, auf jeden Fall Ich habe schon viel kennengelernt hier in Hameln Aber ganz besonders die TA Hameln Macht besonders Spaß Aus dem Stuttgarter Eck Also ich aus Heilbronn und siehe aus Stuttgart Zuletzt kam ich aus Toulouse Und davor? Davor aus Hamburg Woher kommst du? Aus Karmisch-Buttenkirchen So weit Was hat dich denn nach Hameln verschlagen? Ich habe Küchenmeisterkurs gesucht Bei Google Und das erste was mir anzeigt hat War TA in elf Wochen Und da habe ich mir gedacht Okay Wenn ich jetzt, wann dann? Aus Karmisch-Buttenkirchen aus Karmisch-Buttenkirchen Und da habe ich mich Eva